Hallo ihr Lieben, wir sind Carolin, das heißt eure Verantwortliche für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist Leo, unsere Vizepräsidentin für Internes. Und wir stellen euch jetzt das neue BVMD-Format vor, nämlich BVMD-Inzug. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, und das sind wir ziemlich oft, stellen wir euch einfach vor, was wir so machen, wohin wir unterwegs sind, und ja, wie ihr auch vielleicht aktiv werden könnt. Genau, wir sind gerade auf dem Weg von Frankfurt nach Mainz. Und zwar fahren wir zum Orga-Team des Gmucco 2017 und besprechen da nochmal ein paar letzte Details und gucken uns alles nochmal an, dass das in zwei Wochen dann auch ein super Wochenende für uns alle wird. Genau, wir freuen uns schon riesig und schauen einfach schon mal, was passiert heute. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020